In diesem Video geht es um 5 Tipps für dich als Vivi-Einsteiger und diese solltest du auf jeden Fall beherrschen bzw. mitnehmen und so gut es geht für dich umsetzen. Ich würde aber sagen, wir schnacken heute gar nicht lange rum und starten direkt rein in den ersten Punkt. Und wenn du in Zukunft mehr solcher Videos auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal, denn so verpasst du auf jeden Fall in Zukunft keinen weiteren Content zu Vivi und Ecomi. Ja und der erste Punkt ist Informier dich und der klingt erstmal sehr banal, ist aber extrem wichtig. Ich persönlich bekomme natürlich immer auch wieder mit, wie viele Leute uninformiert über das Projekt Vivi oder auch zum Beispiel Ecomi sind. Deswegen setz dich hier unbedingt zum Beispiel mit folgenden Videos auseinander, die ich dir hier einmal kurz einblende. Zum Beispiel erstmal, was ist überhaupt Vivi? Sehr grundlegend erstmal, das ist natürlich überhaupt die Grundlage für dieses Video hier überhaupt. Aber auch zum Beispiel Videos wie, wer ist denn überhaupt dieses Team hinter Vivi? Oder auch zum Beispiel, wie funktioniert das mit den Steuern bei Vivi? Denn es ist tatsächlich auch steuerpflichtig. Und dann zum Beispiel auch noch Videos wie zum Beispiel, wie du noch Gems günstiger bekommen kannst und ob du zum Beispiel auch mit Vivi überhaupt reich werden kannst. Der ein oder andere hat damit vielleicht diese Absicht. All diese Themen und sehr sehr viel mehr behandle dich auf jeden Fall hier auch auf meinem Kanal. Deswegen, ich werde auf jeden Fall unten oder beziehungsweise hier unter dem i irgendwo eine Playlist verlinken, wo du auf jeden Fall all den Content findest, den du auf jeden Fall für dich als Informationen brauchst. Beziehungsweise ansonsten recherchieren natürlich nochmal selber für dich, aber das ist wirklich sehr, sehr grundlegend, dieser Punkt. Ja und der zweite Punkt klingt genauso banal wie der erste. Und zwar heißt es nämlich, hab eine Strategie. Geh an diese ganze App, an dieses Investieren beziehungsweise auch sammeln mit einer Strategie ran. Hab einen Plan, ob du zum Beispiel vorhast, die Collectibles in Zukunft zu verkaufen, zu hoddeln oder auch irgendwie anders das Ganze zu behandeln, wie du das halt einfach für dich möchtest. Aber geh mit einem Plan rein und mach dir einfach nur einen groben Plan, dass du, wenn zum Beispiel ein Collectible, sagen wir mal, auf 2000 steigt, du halt für dich sagen kannst, okay, du verkaufst das jetzt aufgrund deiner Strategie, weil du dir vorgenommen hast, wenn dieses Collectible auf 2000 steigt, dass du es dann verkaufst. Wenn du aber zum Beispiel jemand bist, der sagt, hey, ich habe als Strategie eigentlich nichts anderes als hoddeln, das heißt, mein Collectible halten bis in die Ewigkeit so ungefähr, ja gut, dann ist das natürlich prinzipiell egal, wohin der Preis geht für dich. Aber hier auch, was die Preise angeht, sollte man definitiv sich Ziele setzen, wo man dann verkaufen würde, wenn man jetzt nicht gerade alles hoddelt. Aber wie gesagt, hier auf jeden Fall eine Strategie zu haben, ist definitiv nicht falsch. Und der nächste Punkt geht tatsächlich auch relativ gut einher mit dem anderen, nämlich mit Gefühlen bzw. seine Gefühle im Griff haben. Denn ganz häufig kommt nämlich in die Situation, dass zum Beispiel die Preise ganz stark steigen und dann bekommt man FOMO. Für den einen oder anderen ist das jetzt ein Fremdwort. FOMO heißt nichts anderes als Fear Missing Out. Das heißt, dass man einfach Angst hat, etwas zu verpassen, zum Beispiel den nächsten Bullrun oder zum Beispiel den nächsten Preisjump. Das ist einfach ein sehr, sehr gefährliches Gefühl oder beziehungsweise eine Art von Gefühl, die hier hochkommen kann in solchen Situationen. Und genau in solchen Situationen sollte man auf jeden Fall sich dagegen warten. Und sofort, wenn man diese Gefühle erkennt, sagen, hey, nein, du darfst jetzt nicht handeln, denn du handelst ansonsten nach deinen Gefühlen. Und Gefühle sind einfach im Investmentbereich etwas ganz, ganz Schwieriges. Wenn du natürlich Sammler bist, ja, dann interessiert dich natürlich diese Sparte jetzt eher weniger. Weil wahrscheinlich ist für dich dann sowieso das Halten deiner Collectibles im Vordergrund und nicht das Verkaufen. Aber für jeden, der auf jeden Fall auch irgendwie das Ziel hat, ein bisschen Geld damit zu machen, der sollte auf jeden Fall auch seine Gefühle definitiv im Griff haben. Das gleiche gilt natürlich nicht nur für die FOMO, sondern auch für die FAT. Das heißt, dass man sich hier negativ beeinflussen lässt und zum Beispiel durch negative News, durch negative Einflüsse, durch Social Media beeinflussen lässt und dann zum Beispiel einfach nach Gefühl handelt und nicht zum Beispiel nach dem rationalen beziehungsweise dem objektiven Denken. Der vierte Punkt mit Verlusten rechnen heißt nichts anderes, als dass du natürlich immer nur das Geld investieren solltest, was du auch zu 100% verlieren kannst. Denn es gibt immer wieder Situationen, wo tatsächlich die ein oder anderen Unternehmen pleite gehen und das tatsächlich relativ, ja, sagen wir mal so plötzlich, wie zum Beispiel ein letztliches Beispiel jedenfalls FTX, die zweitgrößte Börse der Welt gewesen, was Krypto angeht. Ja, und ist von heute auf morgen pleite gewesen, beziehungsweise von heute auf morgen ist FTX komplett abgestürzt. Deswegen ist das natürlich auch ganz wichtig hier für Vivi. Wir wissen nicht, was passiert. Ich persönlich habe ein sehr großes Vertrauen, aber ich kann mich natürlich auch täuschen und auch wir alle können uns täuschen. Also deswegen investiere auf jeden Fall immer nur das Geld, was du auch definitiv viel verlieren kannst. Das gilt natürlich aber auch für die Sammler, denn auch natürlich als Sammler ist man mal verlockt, hier den ein oder anderen Tausender oder Hunderter reinzustecken. Aber hier auch ganz wichtig, pass auf, wie viel du in die App steckst und schau, wie viel du auch davon verlieren kannst. Und der fünfte Punkt ist definitiv ein Punkt, der ja so ein bisschen abseits ist und der einfach ein bisschen Weitsicht erfordert. Denn beschäftige dich definitiv mit der Zukunft, zum Beispiel mit Augmented Reality. Setz dich mit dieser ganzen Thematik auseinander und verstehe dadurch vielleicht noch mehr die Vision überhaupt von Vivi und wo das Ganze hingehen könnte. Denn das sind auf jeden Fall Dinge, auch technisch gesehen, die definitiv sehr, sehr spannend werden für Vivi in der Zukunft. Das heißt, beschäftige dich hier auf jeden Fall auch fortlaufend zum Beispiel mit der Technik und versuche einfach dadurch auch mehr die Vision zu sehen, wo das Ganze irgendwann hingehen könnte. Denn auch viele Unternehmen stellen sich momentan sehr, sehr breit im Thema Augmented Reality auf. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr klares Zeichen. Und jeder, der sich damit nicht auseinandersetzt, der hat von der Zukunft eigentlich keine Ahnung. Und dadurch, dass ja Vivi auch ein Produkt ist, was ja auch ein bisschen in die Zukunft gehen wird, da solltest du dich natürlich dann auch definitiv auf technischer Ebene auch mit diesem ganzen Thema auseinandersetzen. Deswegen, das ist auf jeden Fall meine persönliche Empfehlung an dich da draußen. Ich persönlich mache hier auch manchmal Videos so ein bisschen darüber oder bringe davon etwas in meine Newsvideos. Deswegen schau auf jeden Fall gerne hier auf meinem Kanal vorbei, denn hier findest du wirklich eine Menge Content zu diesem ganzen Thema. Ja, und ansonsten war es das tatsächlich auch schon mit diesen fünf simplen Tipps hier einmal für euch da draußen, wenn du noch ein Vivi-Einsteiger bist. Und wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten, wenn du mehr solcher Videos hier sehen möchtest, dann schreib mir das auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittagentabend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.